Das Besondere an dem Wärmekonzept für Westville ist, dass wir hier erstmalig Abwärme aus dem Rechenzentrum oder aus einem Rechenzentrum nehmen können und das zusammen mit der Fernwärme für eine sichere Wärmeversorgung des Wohngebiets mit den ca. 1300 Wohneinheiten nutzen können. Das Besondere in Westville ist, dass wir hier eine Abwärmenutzung auf dem Rechenzentrum betreiben zur Quartiersversorgung. Das gibt es in anderen Ländern, z.B. Skandinavien, das ist schon gang und gäbe. In der Größenordnung, wie wir es hier haben, ist es in Deutschland einmalig und deswegen ein Leuchtturmprojekt für Frankfurt, Rhein-Main und die Region, gerade wo der Internetknoten DeckX beheimatet ist mit dem höchsten Datendurchsatz oder einem der höchsten Datendurchsätze der Welt.